hallo und herzlich willkommen zu einem neuen minecraft material energy hypercubed ja ich muss ein bisschen obacht geben weil wir spielen ja jetzt drei verschiedene modpacks und das ist ja alles ziemlich umfangreich so jetzt muss ich erst mal gucken wo wir stehen geblieben sind special complete system code complete skystone brauchen wir ein bisschen okay compressed resources secrets completed lapis collection da haben wir den ersten davon lapis da brauchen wir fünf weise okay lost in space complete complete spikes iron spikes brauchen wir Eisen gut toolforge da brauchen wir auch Eisen dafür dann müssen wir uns da noch ein bisschen umgucken jetzt schauen wir mal bake to win was wir halten hier hello the chocolatey goodness compressed cookie okay haben wir cookies irgendwo hier in der kiste ja haben wir lassen die sich hier so in nein okay das wäre zu einfach aber da haben wir noch ein da haben wir noch ein crafting table beziehungsweise crafting station aus tinkers construct yeah compressed cookie das heißt doch mal wieder claim record ich liebe diesen sound so eine gardensäule okay alles klar gardensäule ist glaube ich haben wir noch platz da haben wir platz das ist fast voll das ist fast voll das ist fast voll ich würde sagen wir sollten mal langsam schauen dass wir mal unser applied logistics netzwerk hier ans laufen kriegen so was haben wir denn dafür alles wir haben hier ein paar 1k storage cells weil irgendwie ist es hier alles das inventory alles ein bisschen 1 2 3 4 so dann packen wir mal das drive dahin 1 2 3 4 saft haben sie sehr gut so dann brauchen wir noch ein bisschen kabel smart kabel nicht mehr smart kabel auch nicht mehr smart kabel machen wir mal hier hin einer hier hin einer hier hin und was haben wir denn noch so also wir brauchen ein crafting terminal das ist immer gut das ist gut das packen uns gleich mal dahin zack warum sagt mir das terminal nicht was da drin ist weil nichts drin ist klar dann haben wir noch ein interface interface me terminal crafting interface 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 und hier impuls plate whatever dann haben wir mal hier die möglichkeit ein bisschen unser inventar auf aber hätte ich gesagt nein gar das dass das dass das dass das 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 kann ich da da place to the crafting window ok gut das rein das rein das rein das rein bacon nehmen wir mit so dann können wir hier nämlich schon mal die sachen die wir so gesammelt haben alle machte ich nicht ähm beehive special log das da hier alles packen wir alles mal da rein platz haben wir ja noch glaube ich compressed cookie den behalten wir mal mann die bücher vielleicht nicht für die bücher habe ich dann noch eine andere idee rector casing ok ähm kaktus sieht's auch weg dann da mal hier eigentlich das ist okay das können wir so lassen hier gott das alles was wir hier alles schon wieder angesammelt haben langsam wird's voll irgendwie haben wir hier jetzt wird auch das compressed cookie reingetan mann so so das weg das weg da können wir uns ja langsam aber sicher auch mal die ersten richtigen tools machen wir das so richtig sehen na gut packen wir die bücher erstmal mit rein noch haben wir glaube ich platz ich habe die cookies gerade mit reingepackt nee egal so fertilizer schienen aber ich mag dieses unaufgeräumte nicht das 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 und geht noch nicht enderlily sieht's ok unsere quelle für enderpearls das passt auch so dann nehmen wir hier nochmal die was haben wir denn hier einen mutten dagger weg haben wir was besseres glaub nicht aber egal so dann haben wir hier noch einen stone dagger die enderlilys und das da packen wir mal rein das da und das da und dann haben wir hier noch die da die da die da und die da und die da packen wir alles da rein das ist mal aufgeräumt so aufgeräumt haben wir was haben wir hier noch drin ok packen wir auch da rein wie sieht es mit den platten aus nein die erste platte ist voll so und dann haben wir hier noch ein paar greasentheimer wobei lassen wir die mal da drin liegen stört auch nicht so und das da hier packen wir auch mal als material da mit rein und das und das so cookies möchte ich gerne mitnehmen was ist denn das mystery everyone loves a cookie ok so cookies haben wir dabei dann schauen wir noch mal also das haben wir oh da haben wir eine ganze ganze Reihe von Quests double compressed cookies double compressed cookies was kriegen wir zurück ein compressed cookie neun stück also brauchen wir neun compressed cookies neun kriegen wir sowas überhaupt hin nein kriegen wir nicht kriegen wir nicht hin fehlen uns noch cookies gut da haben wir nichts mehr drin da haben wir nichts mehr drin passt da haben wir noch Schwerte drin da haben wir noch das ganze Quest zurück drin passt so gehen wir mal zurück Compressed cookie also das kann man mehrfach machen dann haben wir noch ein cookie jar cookie jar da können wir mal gucken wie das gebastelt wird cookie jar genau cookie jar glas redstone und eisen haben wir sand neun salpeter ähm ja da werden wir wohl noch ein bisschen was sammeln müssen dann gehen wir mal zurück und hier haben wir cookie seeds teobromien und coca beans oh gott 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 das sieht wieder alles kompliziert aus aber kriegen wir halt das immer nicht back to win bake to win und secrets oh ok lost in space so also wir brauchen die hier noch das sind 5 stück und wir brauchen die hier noch alle gut aber ganz ehrlich gesagt ich fühle mich ein bisschen nackig muss ich ehrlich gesagt zugeben irgendwie wollte ich mal gucken ob wir hier sword button super eine blade haben wir nicht iron dagger ja ok das klingt doch zumindest schon mal ein bisschen nach verteidigung ähm dagger sword ähm ja so umfangreich sieht das jetzt nicht aus was wir haben vor allem materialmäßig geht es uns noch ziemlich schlecht mit me kommt jetzt ok pick iron pickaxe hat flint pickaxe ach gott das war wieder dieses update das hier ein bisschen unordnung reingebracht hat ach die passt sogar so da haben wir noch eine heater branch da haben wir noch ein bisschen was ich fühle mich irgendwie nicht so wohl bei dem gedanken mit so wenig material mit so einer schlechten ausstattung jetzt hier großartig auf erkundungstour zu gehen deswegen hätte ich gesagt wir schauen nochmal was wir plündern können ob hier noch irgendwas da weil da war ja eine kiste ja ja ich habe euch schon alle gehört ich habe euch schon alle gehört 1 2 3 4 hatte ich das schon an hatte ich schon an gut lass mal liegen mehr haben wir hier glaube ich nicht rumliegen außer ein paar bäume die wir vielleicht dann noch fällen können gut das war die seite darunter müssen wir dann leider noch leider ich will nicht so und hier haben wir nichts mehr drin die ist leer jetzt schauen wir mal da unten sieht es ja richtig nach Party aus und zwar auch noch gut ähm Moment wir brauchen weiße 5 Stück naja ich habe ehrlich gesagt keine große Lust aber was sein muss muss sein so dann können wir nochmal nach rechts gehen und da geht es jetzt dann runter uh uh und dann dahinter wo geht es denn dahin naja gehen wir mal runter gezücktes Schwert ok da geht es zu den bösen Jungs da gehen wir erstmal nicht hin schauen wir mal ob wir da was ausrichten können haben wir noch irgendwas äh ich habe immer ganz gerne ein paar Baublöcke bei mir gehen wir lieber nochmal zurück und holen uns mal irgendwas zum bauen wir hatten noch Skystone oder sowas in die Richtung doch ja sowas müssten wir da gehabt haben irgendwie irgendwas wo wir ja Factory Blecke 47 jawohl was haben wir denn hier mitgenommen aus Versehen ähm Dance Redstone oh ok Redstone können wir schon mal herstellen da haben wir einen davon noch nochmal kurz drüber blicken Red Stained Clay Redstone Conduits gut ich würde sagen die Factory Blöcke da sind genau das Richtige auch wenn sie ein bisschen merkwürdig klingen mögen aber wir tun mal unser Bestes so so äh 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 das sieht nicht gut aus was haben wir denn alles eingesammelt ein Bogen war nicht zufälligerweise dabei nein war nicht mehr dabei so hauen wir uns da gleich mal dieses Compress Cookie rein reicht nicht ok so ein bisschen hoch heilen hoch ich will nicht mit dir spielen ich hätte vielleicht zu machen sollen oh 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 nein das war nicht gut verdammt nochmal ach ja also gut eine echt fiese Ecke muss ich schon zugeben haben wir hier noch was drin in der Kiste wenn wir schon mal da sind so ähm Reaktor wo waren wir vorug vor義務 gehen whole dort kommen wir nicht hin Reaktor oder